So Leute, in diesem Moment passieren ein paar ziemlich wichtige Sachen am Kryptomarkt. Deshalb muss ich euch auf eine große Bewegung vorbereiten, die in gerade mal 24 Stunden passieren wird. Im heutigen Video werden wir alles durchgehen, damit ihr nicht vollkommen überrascht werdet, sondern eben vorbereitet seid auf das, was morgen und übermorgen am Kryptomarkt passieren wird. Aber wie gesagt, bleibt dran, ich werde alles erklären. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns mit Bitcoin wie immer auf dem 4-Stunden-Chart anfangen. Und im gestrigen Video, da haben wir ja darüber gesprochen, dass es ziemlich schlechte Nachrichten für Bitcoin ist, dass wir unter die orangenen Box gefallen sind und dass es wahrscheinlich danach aussieht, als könnten wir weitere Abwärtsbewegungen sehen. Man sieht, der Trend ist ganz, ganz klar. Wir befinden uns momentan in einem abwärtsgerichteten Kanal und was man auch noch sehen kann, ist, dass wir von dieser orangenen Linie nach unten durchgebrochen sind. Wir haben versucht durchzubrechen, hatten auch etwas Unterstützung, hatten dann wieder versucht durchzubrechen beim Widerstand und haben es nicht geschafft. Es sieht also danach aus, als würden wir weitere Abwärtsbewegungen für Bitcoin sehen. Jetzt, also, ja, muss ich so sagen, wie das ist. Ist das ein Problem? Nicht wirklich, denn wir haben eine Strategie. Und falls ihr meine Videos gesehen habt, kennt ihr meine Strategie. Aber die Möglichkeit, bei diesen niedrigen Leveln zu kaufen, sollten wir noch einmal zur orangenen Linie bei 20.400 gehen, da kann ich jetzt schon sagen, ich werde auf jeden Fall Bitcoin kaufen und auch bei 20.000 Dollar werde ich noch einmal ein großer Käufer von Bitcoin sein, sollten wir nach unten kommen. Das sind also die unmittelbaren Ziele, wenn sich dieser Abwärtstrend weiter fortsetzen sollte. Das ist etwas, woran ich Ausschau halten werde und tatsächlich auch, wonach ich handeln werde, sollten wir nach unten kommen. Aber wir haben in den nächsten 24 Stunden einige massive Katalysatoren, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Das könnte, ja, das könnte auch der Hauptgrund dafür sein, ob wir tatsächlich noch weitere Abwärtsbewegungen sehen sollten oder aber, ob wir anfangen werden, umzukehren und einen Vorstoß in Richtung der Orangenbox zu machen, um wieder versuchen, durchzubrechen. Wenn man sich jetzt einmal Bitcoin auf dem Daily Chart anschaut, kann man sehen, wir haben hier dieses Unterstützungslevel auf dem Daily Chart gehabt, was immer wieder versucht hat, den Bitcoin-Preis oben zu halten. Mittlerweile sind wir darunter geboren. Allerdings, was ich euch eigentlich noch zeigen wollte, ist der Lux-Algorithmus. Beim Lux-Algorithmus, wie ihr wisst, der gibt uns ziemlich selten Signale. Allerdings, wenn wir ein Signal bekommen, dann sind die in der Regel richtig, richtig gut. Also, ja, ich meine, eigentlich auf den höheren Timeframes sind die fast jedes Mal fantastisch. Der Lux-Algorithmus, wisst ihr, ihr kennt die Erfolgsbilanz normalerweise mega gut. Und hier zum Beispiel haben wir ein Verkaufssignal gehabt im November 2021. Das war ganz, ganz oben bei 60.000 Dollar. Seitdem hat der Lux-Algorithmus natürlich weiterhin den Bitcoin-Preis überwacht. Und als wir dann hier unten gewesen sind, haben wir ein richtig gutes Kaufsignal bekommen. Die eine Sache, auf die wir jetzt natürlich selbstverständlich achten müssen, ist, falls der Lux-Algorithmus uns hier ein Verkaufssignal gibt. Das ist genau das, was ich momentan beobachte. Und sollten wir eins sehen, bis jetzt haben wir noch keins. Aber sollten wir eins bekommen, werde ich euch natürlich darüber updaten. Deshalb abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpassen werdet. Außerdem, falls ihr den Lux-Algorithmus auch selber benutzen möchtet, unten in der Videobeschreibung, da habe ich einen Link für euch. Da könnt ihr euch den selber besorgen. Und vor allem, falls ihr meinen Link benutzt, dann bekommt ihr auch noch einmal einen Rabatt auf den Lux-Algorithmus. Dann bei den traditionellen Märkten, da bewegen wir uns im Grunde genommen nach diesem Job auch erst einmal seitwärts. Die Leute sind einfach ein wenig verunsichert. Die Formation, ja, wenn man sich das mal anschaut, kann man sogar sehen, dass das sieht ein bisschen aus, als hätten wir hier so eine kleine Diamond-Formation. Aber die Märkte sind auf jeden Fall, wie ich gerade gesagt habe, etwas unsicher, was sie davon halten sollten. Weil natürlich, morgen haben wir ein super wichtiges Ereignis, das stattfinden wird. Bevor ich allerdings darüber spreche, lasst uns noch einmal einen Dollar-Index werfen auf den DXY. Hier kann man sehen, wir haben an der orangen Linie 1, 2, 3 Mal Probleme gehabt. Auf dem Weekly-Timeframe, muss ich nochmal dazu sagen, auf dem Weekly-Timeframe haben wir versucht, da durchzubrechen, haben es bis jetzt nicht geschafft. Man kann also sehen, wir sind immer noch an diesem Widerstand angelangt. Das ist definitiv eine Sache, die wir einmal uns vor Augen halten müssen. Sollten wir durchbrechen können, dann wird das natürlich auch dazu führen, dass wir höchstwahrscheinlich bei Bitcoin und allem anderen, was in Dollar gemessen wird, nach unten gehen. So, dann eine weitere Sache, die ich euch noch gerne zeigen wollte, das ist auf dem Weekly-Timeframe. Und zwar ist das die totale Kryptomarktkapitalisierung ohne Bitcoin, also im Grunde genommen Altcoins. Und hier sieht man, seit Anfang 2021, da waren wir in diesem riesigen Wedge. Das ist also wirklich eine Riesensache. Und jetzt kommt's, also höchstwahrscheinlich werden wir erst einmal noch ein bisschen weiter da drin sein. Allerdings sollten wir hier irgendwann mal nach oben oder nach unten durchbrechen, dann werden wir bei Altcoins eine mega große Bewegung sehen. Deshalb achtet auf jeden Fall darauf, das ist die totale Kryptomarktkapitalisierung ohne Bitcoin, also Altcoins. Und jetzt kommen wir einmal zu den Ereignissen, die morgen stattfinden werden. Und das ist einmal der Zinsentscheid der Bank of Japan. Wir haben die Arbeitslosenquote in Kanada. Wir haben die Non-Farm-Payrolls und die Arbeitslosenquote. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum das so wichtig ist. Und wir haben hier einige Prognosen. Man kann sehen, die vorige war ziemlich hoch. Man sieht also, dass die Wirtschaft zumindest mal an der Oberfläche gesehen ziemlich stark ist. Und wir wissen auch, dass Jerome Powell und die Fed gesagt haben, dass sie eben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen haben. Das bedeutet, sie schauen sich diese super wichtigen Daten an, die morgen rauskommen werden. Was wiederum heißt, dass die Trader da draußen, die Spekulanten, dass die ebenfalls in Abhängigkeiten von den morgenden Daten reagieren werden. Wenn wir rückläufige Daten haben, wenn wir sehen, dass die Wirtschaft schwächer ist, als eigentlich erwartet ist, dann werden die Märkte höchstwahrscheinlich pumpen. So seltsam das auch klingen mag, aber so funktioniert das nur einmal momentan am Markt. Wenn der Markt ziemlich stark ist, dann wird nämlich die Fed verstärkt Maßnahmen ergreifen, um die Zinssätze zu erhöhen und so weiter. Und so werden die Märkte dann eher nach unten gedrückt. Wir werden das also im Auge behalten und schaut mal. Plötzlich glauben 80 Prozent, dass wir bei der nächsten Setzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte haben werden. Also ja, vor ein paar Wochen waren das gerade mal noch 5 Prozent. Aber dadurch, dass die Inflation höher ausgefallen ist, als erwartet und alle diese Daten, die veröffentlicht wurden, rechnen die Märkte jetzt mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte. Die Fed hat allerdings gesagt, dass sie noch keine Entscheidung getroffen hat. Wenn es also nicht zu einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte kommt, dann wird der Markt höchstwahrscheinlich positiv reagieren, weil der Markt momentan erwartet, dass wir eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte haben werden. Ja, Leute, das ist die Psychologie des Marktes momentan. Das ist das, was Trading geworden ist. Man schaut sich die Wahrscheinlichkeiten an, schaut an, was der Markt denkt. Dann schaut man sich den Chart an und schaut, wie man daraus das alles zu einem Sinn machen kann. Warum sehen wir denn überhaupt momentan so eine Art Bearishness im Markt? Naja, Silvergate, die Nummer 1 unter den Kryptobanken. Zumindest waren es die mal, weil sie damals die meisten Kryptounternehmen bedient haben und die sind in freiwillige Liquidation gegangen. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass wir immer noch die ganzen Auswirkungen, den Dominoeffekt von Luna, Celsius, FTX und so weiter sehen. Während die Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX weiter nach außen dringen, sehen wir heute, was passieren kann, wenn eine Bank sich zu sehr auf einen riskanten, volatilen Sektor wie Kryptowährung verlässt. Und Leute, das ist das Narrativ hier, der Faden, den die Leute spinnen werden. Sie werden sagen, oh, schaut mal, das war wieder die Schuld von Kryptowährung. Und wir sollten wissen, dass Banken nichts mit Kryptowährung zu tun haben sollten. Aber ganz ehrlich, das war einfach die Silvergate-Bank, die übermäßig viel Risiko auf sich genommen haben. Einfach ein voller Abfüll in diesem ganzen Bereich. Sie werden allerdings wieder versuchen, das als etwas darzustellen, woran der Kryptospace schuld ist. Das ist das, was sie sagen. Ich bin besorgt darüber, dass die Beteiligung von Banken an Kryptowährung, dass das ein Risiko auf das gesamte Finanzsystem ausweitet und es werden die Steuerzahler und Verbraucher sein, die den Preis dafür bezahlen. Man sieht also, dass der Druck auf Kryptowährung zunimmt. Und selbst gestern, da habe ich darüber gesprochen, dass die US-Regierung Kryptowährung im Wert von 200 Millionen Dollar verkauft hat. Sie haben über eine Milliarde Dollar. Das hat Panik am Kryptospace ausgelöst. Und wir wissen, dass, ja, wir sehen momentan Operation Chalkpoint am Kryptomarkt. Was bedeutet, dass sie versuchen werden oder dass sie dabei sind, den Zugang zu Banken am Kryptomarkt zu beschneiden. Sie versuchen alles, um Panik auf dem Markt zu verbreiten. Und das ist der Grund, warum sie eben so viele Vorladungen und Klagen gegen Binance und all diese verschiedenen Unternehmen, Kraken, Gemini und so weiter ausgestellt haben. Wir sehen einen Angriff der Regierung auf den Kryptomarkt. Und dass die Regierung hier eine Art Panik zu verursachen versucht, indem sie Krypto im Wert von 200 Millionen Dollar auf Coinbase verkaufen und Saktion öffentlich machen, vielleicht ist das nur eine weitere Sache, die die USA gerade tun, um eben zu versuchen, den Kryptomarkt zu zerstören. Aber sie werden nicht in der Lage dazu sein, das zu machen. Trotzdem, sie werden diese Liquidation von Silvergate dazu nutzen, um es wieder so darstellen zu lassen, als wären Kryptowährungen riskant und vor allem, dass Banken keine Geschäfte mit Kryptowährungen machen sollten, obwohl es einfach nur diese eine Bank gewesen ist, die einfach viel zu übermäßige Risiken auf sich genommen haben. Dann hatten wir noch Berichte über Gemini und zwar, dass JP Morgan die Bankbeziehung zu Gemini abgeschnitten hätte, was ja eine Kryptowährungsexchange ist. Allerdings hat Gemini gestern gesagt, dass trotz gegenteiliger Berichte Gemini's Bankbeziehung mit JP Morgan bleibt intakt. Also ich meine, man sieht weiterhin diesen Fad auf den Markt eintreten und ja Leute, das ist Krypto, das ist der Grund, warum wir hier immer wieder große Chancen haben, weil wir ja im Grunde genommen sind wir hier im Wilden Westen. Und ihr kennt meine Strategie, sollten wir nach unten zu 20.400 Dollar kommen, die orangene Box bei 20.000, dann werde ich einfach richtig schöne, richtig schöne Positionen für Bitcoin aufbauen. Außerdem will ich euch daran erinnern, dass als wir bei 25.000 Dollar gewesen sind, haben die Leute nach einer Gelegenheit gesucht, geheult, dass sie nochmal Bitcoin bei 20.000, 18.000 kaufen sollten. Wenn es so eine Gelegenheit gibt, vielleicht ist diesmal genau die Gelegenheit, an der ihr handeln sollt. Aber keine Finanzberatung. Falls ihr euch allerdings damals geärgert habt, dass ihr nicht in eine Position eingestiegen seid, habt ihr vielleicht jetzt wieder eine Chance und mit der Zeit, wisst ihr, glaube ich, dass in ein paar Monaten, da wird sich das Momentum am Kryptomarkt weiter beschleunigen und ja, bis dahin werden wir weiterhin massive Ausschläge nach oben und unten haben. Deshalb seid auf alles vorbereitet. Im Grunde genommen war es das dann auch schon für das heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.